moin leute und herzlich willkommen zu meinem neuen zu diesem neuen kanal auf youtube ich wollte euch eigentlich einfach mal ein bisschen vorstellen und mit kuklash roblox zocken würde ich sagen fangen wir auch einfach mal an ja also ich bin halt neu hier ich habe auch schon ein tiktok-körner der heißt der pool 3001 ja den namen muss ich noch mal ändern wenn es wieder geht auf jeden fall habe ich mir ein bisschen zu spielen und also ja die videos werden wahrscheinlich immer so einmal werden die videos wahrscheinlich so also unter der woche werden wahrscheinlich nicht immer so viele videos rauskommen aber am wochenende wird mindestens immer zwei videos kommen bloß halt den freitag also ist ja quasi schon auf jeden fall ja ich sagen können wir uns auch wieder ein bisschen mehr am spiel ihr könnt mir auch gerne noch in die kommentare schreiben was ich denn sonst noch so spielen sollten roblox oder generell was für spiele ich noch geben soll wo ich gerade angegriffen okay dann helfe ich den typen hier mal okay ich bin nicht rot sehr komisch gewesen dem bin ich auf jeden fall richtig ich würde sagen ich bin euch noch mal einen anderen plächer aus es ist wieder diese raketen so leute wir probieren jetzt direkt mal aus was mit dem oder dem also er sieht auch noch mal aus somit war für uns ja den würde ich sagen erinnert mich ein bisschen an aug oder an der p90 ist ein bisschen wie overwatch das spiel ok leute konzentrieren fokus 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 aber hier sind gerade keine gegner ich wenn wir zurück sind da welche auch nicht hier beim weg werden ja früher oder später wer welche kommen die müssen ja dieses rand lost runde verloren mist naja ist ja wurscht was ist schon ein punkt was ist schon nein ich will den clasher nicht ändern wir konnten ja gar nicht hier zusammen den neuen ausprobieren das jahr doch müsste ich hätte es neigen können ich glaube es gibt ja auch nur sniper im spiel die probleme auf jeden fall gleich auch noch mal aus okay der macht schließt schnell macht aber nicht unbedingt so viel schaden ich lade einfach mal nach weil sie muss nicht gerade viel munition ich werde sie ja auch auf diesen also auf dem account werde ich euch berupt auch noch diverse spiele vorstellen wie einfach auch rescue mission was einfach auch black or rescue mission oder auch arsenal zum beispiel geschweige denn big paintball naja hier durch die stopp payload okay leute müssen ich ist der ton da das müsste die medien irgendwie mal in die comments schreiben weil wenn ich musste also ich meine jetzt nicht meine stimme sondern naja also ich meine jetzt die naja ist doch von jung bin ich dumm oder so ist es doch voll unlogisch ihr würden hier gar nicht hören so fand ich erst dann also auf jeden fall ist es nicht meinst ich meine stimme sondern hintergrund die probleme probiere ich jetzt mal aus zu wenige angriffs clasher das das teil ist nice aufladen das ist glaube ich so ein bisschen wie so eine rally gun ich habe mich vorher immer so gewundert was das ist genau hat es gesehen ich verpiss mich dann mal was schon noch hier kannst du haben ich habe ich den mal aus wir wollen ja schließlich alle ausprobieren aber was funktioniert anscheinend nicht dann probieren wir wieder den hier aus also beziehungsweise haben wir schon gespielt der pirat ist tatsächlich im moment einer meiner lieblings der hat mit seinen beiden knarren dann reload reload naja auf jeden fall das wär's denn gewesen für heute mit dem video ich hoffe es hat euch spaß gemacht und das doch noch mal verprügelt noch mal den like button abonniert wenn ihr es noch nicht getan habt kostenlos leute kostenlos auf jeden fall ja tschau tschau ich muss mir immer spaß nein wir machen natürlich noch weiter wir haben erst eine aufnahmezeit von 6 minuten das geht ja nicht ne Leute wir müssen mindestens eine aufnahmezeit von 10 minuten aber ich darf halt nicht zu lange werden weil ich hab letztens schon mal versucht ein Video aufzunehmen und das hat halt nicht geklappt weil es ging 19 oder 16 minuten also also beiden wie ich dumme das auf jeden fall ja mach ich mit T das mach ich mit H ach da sehe ich diese Kräfte oder Art Schiff Kuhpacker Papagein wie ich gleich mal aus dieses Rollen habe ich ja schon drauf mit Schiff ist ja eigentlich wie Sprinten nicht sogar besser als diese wie so was diesmal ok ich komme zurück ich snap auch aha guck mal wie ich mich oh Abo stand niedrig oh ich müsste ach ich hatte recht gesehen Leute ich musste mal kurz das Ladekabel holen ich bin gleich wieder am Mikro das dauert nur so eine Minute doch okay ich bin wieder da mit einem Lack ich verzweifle zwar dass ich mich gerade hört aber trotzdem habe ich da eben eine giftfolge mit visionäre dunkelheit hatte noch was besten ist zwar dass ich in der besten liste drin ist was war denn da los ich muss irgendwie jetzt schaffen ein stilles plättchen zu suchen und da bisschen naja wollen wir noch mal die kläsche ändern sagt mal was euer lieblings kläsche ist schreibt es mir in die kommentare richtig da hinten gleichzeitig wer muss jetzt mal wieder round lost naja auf jeden fall leute das wäre das wäre es dann wahrscheinlich gewesen ich hoffe es hat euch auch so viel spaß gemacht wie mir ja dann noch einmal kurz abwarten wer ist da ok dann bis zum nächsten video und